na dann hole ich mir noch das ja das letzte mal oder ich gehe zuerst da kommen ich weiß nicht ob es mir was bringt wenn ich die noch abgebe das werden wir dann sehen ist nur ein kleiner also piste ich ja okay so noch mal das war's okay vielleicht reicht jetzt wenn wir das hier schon machen kein ei kein ei okay dann müssen wir doch dahin und machen sie halt alle blatt zu erschwert so schnell okay schnell wechseln so jetzt können wir runter gehen und hauen dann hier in drei um wo ohne bürger ring of fire so tschüss hallo könig so ab doch dann kriegen wir so in den promenium verbrennen so tschüss du hast ein eifer mich ich weiß es kommen so und theoretisch der hat noch die axt theoretisch könnten wir jetzt ja kommen speicher einfach und bringt hinter dich würde ich sagen speichern wir versuchen einfach mal dag und zu erledigen vielleicht ist ja auch gar kein problem vielleicht hoffen wir es mal aber vorher werden wir speichern wenn nichts ist besser als wenn wir jetzt sterben würden und das alles noch mal machen müssen und deshalb haben wir hier ein dag und ministrant hallo hallo dag und ministrant gefällt mir gar nicht hallo ja er hat ab er hat ab google google so alt hat es da von probien daher in des seos eigentlich haben wir gespeichert na jetzt muss ich auch noch pissen das kommt mir ins kann im richtigen moment oder kommt was so zum glück habe ich mich informiert und daran lebt von seinen kleinen typen und wenn wir die kleinen typen umbringen dann reicht es glaube ich irgendwie habe ich sowieso was habe ich gehört die sein schwert jawollo und jetzt gibt ihm das heißt das schwert auf jeden fall gegen daran manchmal ist der ton bisschen komisch was soll das jetzt ach du meine fresse ja guten morgen dag und soll anscheinend nicht so einfach der kampf sein schnell weg ja geil alter so anhänger da ganz muss ich besiegen kommen ist die einfach ja komm einer tod oh shit was machst du da da kommen wir kommen noch mehr komm nach hinten einmal weg so ok nochmal konnte ich konnte noch ausweichen der ist auch tot was der bringt seine eigenen männer um komm ich gehe oh shit was habe ich gemacht hä da hat es sein normales schwert gibt es behindert was soll das weg hier oh shit der heilt ja auch noch habe ich kraft genug und jetzt brennt alles so könnte mir nicht entkommen aha shit alter was zum teufel musst du ja weg wo sie alle umbringen irgendwie irgendwie muss ich umbringen nimm dir nochmal mein normales schwert anscheinend hilft das ja besser aha aha so dem machen wir einmal ein blatt so einmal hör auf mir die lebenskraft zu entziehen so wir machen jetzt einen nach dem anderen hier am besten blatt dann hat sich die sache erledigt he dargon du lebst von deinen anhängern ich weiß es ohne sie bist du gar nichts auf dargon anzugreifen so wir sind einfach nur seine anhänger blätten jedes mal wenn ich ihn hier wenn ich ein anhängerblatt mache dann mache ich ihm schaden zum glück kommt er nicht an mich ran zum glück ist er dumm steht nicht so auf mich so noch einer wie viele willst du denn noch ja so ist der kampf eigentlich ziemlich gut wenn wir uns von dargon fern halten dann läuft die sache ganz passabel überreste 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 einer noch oder zwei komm ja komm mach ihn blätt oh bäm brennt nicht ok wenn er nicht brennen will so noch einer ich glaube ich habe es gepackt das war es mit dargon uuuuuh so dann haben wir hier einmal dargon segret und eine runde der sonne alles klar von denen wotja neu habe ich nicht eine wotja neu quest übervertrag habe ich erledigt basilisk vertrag habe ich erledigt verschlinger vertrag das habe ich noch nicht halb okay ich habe keinen vertrag über die wotja neu von dem her sagen wir noch haben wir nur sehen und wollen wir schuppen ok und dann können wir uns das gedroht mal am arsch schlecken und wir gehen zurück zur herrin des sees ich kann meine quest auch noch abgeben das war gar nicht so schwer was wir schwerer vorgestellt aber gut wenn man weiß was man tun muss wenn ich auf dargon gegangen wäre hat es wahrscheinlich nicht so viel gebracht aber ich wusste dass ich einfach auf seine troops gehen muss und schon hat er verloren und das macht die ganze sache easy und wir können ihn einfach ja das hat ihm halt jedes mal was abgezogen wenn wir so einen typen gebracht haben und die waren ja nicht schwer ich meine ich bin high level ja ich bin schon der held im feld und jeden standard mobs wohnen hier so gut und level dagonstod ich habe dagon getötet als dank werde ich den mhm auf das ihr euch an teile eurer früheren fähigkeiten oh cool danke herrin nutzt mein geschenk weise was habe ich jetzt gerade bekommen die herrin hat mich dafür belohnt beide völker wieder zusammen gebracht habe oh geil geil was habe ich bekommen nix wahrscheinlich wolfspelz das habe ich bekommen das habe ich bekommen was habe ich bekommen was habe ich bekommen okay was habe ich bekommen äh ja geil das ist weg zum kotzen mhm mhm solltet ihr dafür bezahlen ja so ich hab's erledigt dagon getötet dann kann ich jetzt zu dings gehen äh ja zu dem kerl das habe mir jetzt nicht so viel erfahrung gebracht wie ich gehofft hatte aber puh ich kann damit leben oh gott das ist halt denn so lieblich draußen kein schönes wetter heute deshalb sitze ich hier und nehme auf eine folge was mache ich eigentlich hier eine folge nach der anderen einmal speichern bitte am seeufer muss auch mal wieder sein warum ist der zahl ich meine nase so zu es kotzt mich an 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 so boah erwin hey erwin kann ich kurz ja okay sei brav dann der wundern und brüste müsste ja auch da sein hat ja jetzt irgendwie man hat ja keinen grund mehr abzudüsen hoffe ich für ihn das resolute mädchen will mir auch nichts mehr erzählen tut sie kann mich heilen aber ich bin nicht wirklich verletzt und ich habe mich sowieso wenn ich mich hinsetzen und panel da muss ich nicht zu der tuse hin ist der wort ja nur prüste auch kommen schon leute naja warum ist der kerl jetzt nicht da zum teufel mit ihm könnte kotzen ja dann gehen wir zu julian und was weiß ich wohin um die ja